Die Raumfahrt-News im Überblick. Indien begeistert Welt mit Mondlandung. Kurz vorher russische Mondlandung gescheitert. NASA bringt Atemis-Programm-Hardware für Mond erneut auf die Startrampe. Hochbetrieb auf der ISS mit Weltraumschrott und Solarproblemen. SpaceX wird verklagt wegen Diskriminierung und hat mit Dragon Raumschiff ähnliche Probleme wie Boeing mit Starliner. Und in Texas brennt Booster 9 mit 33 Raptor-Triebwerken allen Starbase-Nerds ein Grinsen ins Gesicht. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Dienstag, den 22. August, hat SpaceX seine Falcon 9 mit Starlink-Internetsathleten von Vandenberg in Kalifornien gestartet. Am Mittwochmorgen hat die russische Weltraumbehörde Roscosmos mit einer Soyuz 2.1a vom Weltraumbahnhof Baikonur einen Progressfrachter zur ISS geschickt. Auch am Mittwoch ein erneuter Rückschlag für Nordkorea. Der zweite Versuch, einen Spionagesatelliten ins All zu bringen, endete am 24. August in einem Fehlschlag. Etwa drei Monate zuvor war bereits der erste Versuch gescheitert, als die neue Trägerrakete Colima 1, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, kurz nach dem Start ins Meer stürzte. Am Donnerstag hat Rocket Lab seine Elektron von Neuseeland ausgestartet. Es war der 40. Start und eines der Triebwerke wurde bei diesem Start wiederverwendet. Dazu gleich aber mehr. In China ist am Freitag eine Series 1-Feststoffrakete des Raketen-Startups Galactic Energy von Jinkwan ausgestartet. Am Samstagmorgen hat SpaceX nach einer Verschiebung den NASA Crew-7-Flug gestartet. Für Crew Dragon Endurance war es der dritte Start mit Crew. Der Booster absolvierte seinen ersten Flug und kehrte dann für eine Bilderbuchlandung zur Startrampe zurück. Es war der insgesamt 250. Falcon 9-Flug und die 220. erfolgreiche Landung eines SpaceX-Boosters. Indiens Mondmission Chandrayaan-3 ist erfolgreich auf dem Mond gelandet und macht Indien so nach der Sowjetunion den USA und China zur vierten Nation, der das überhaupt gelungen ist. Ich betone Sowjetunion, denn Russland ist das noch nicht gelungen. Da ist aber gleich mehr. Außerdem ist damit zum ersten Mal überhaupt eine Landung in der Nähe des Südpols erfolgt. Wir haben uns das Ganze zusammen live angesehen und ein bisschen was Unschönes, sowohl im Chat als auch nachträglich in den Kommentaren gab es leider weniger schöne Dinge zu lesen von Menschen, die ich bisher noch nie irgendwas auf Senkrechtstarter kommentiert habe, sehen. Hier geht ein riesen Dankeschön an alle, die da in den Kommentaren respektvoll dagegen gehalten haben. Vielen, vielen Dank dafür. Die erfolgreiche Landung der 2x2 Meter Breiten und etwas über einen Meter hohen Sonde löst den Indien, wie mehrere Medien berichtet haben, landesweit Jubelstürme aus. Und deshalb macht man sowas eben auch, damit sich eine Gesellschaft hinter ein Ziel stellen kann und gemeinsam an allen Herausforderungen arbeitet, mit denen es weiter konfrontiert ist. Ich habe mich auf jeden Fall riesig für die indische Raumfahrt, aber auch für die indische Nation gefreut und würde mir wünschen, dass sich die Raumfahrtbegeisterung der Inder hält. Mit einem eigenen Crew-Programm werden die Inder auf jeden Fall eine Reihe an Ereignissen in nächster Zukunft haben, über die sie weiter in Jubelstürme ausbrechen können. Indiens Premierminister Modi verfolgte die Landung per Videokonferenz und betonte, dieser Erfolg gehöre nicht nur Indien, sondern der gesamten Menschheit. Chandrayaan 3 basiert auf der Chandrayaan 2 Mission, deren Landung 2019 noch gescheitert war. Der vollbetankte, etwa 1,7 Tonnen schwere Vikram Lander hat auch einen 26 Kilogramm Rover namens Pragyan auf der Mondoberfläche abgesetzt. Der hat mittlerweile über eine Rampe den Mondboden erreicht und auch seine ersten Meter im Mondstaub zurückgelegt und soll insgesamt etwa zwei Wochen auf dem Mond operieren. Indische Raumfahrt, total spannend, was die mit sehr wenig Budget auf die Beine stellt. Rakete, Sonderlander, Rover, alles in Indien entwickelt und gebaut und das mit einem Budget von gerade mal 84 Millionen Euro. Indien, wenn dich das mehr interessiert, meine Episode zu dem Thema verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Russlands Mondmission Luna 25 scheitert bei Landeversuch ein paar Tage vor der indischen Landung. Eine Anomalie bei einem Manöver am 19. August führte dazu, dass Luna 25 hart auf die Oberfläche des Mondes aufprallte, statt die geplante Sand für der Landung am 21. August durchzuführen. Russland wollte sich mit dieser und folgender Luna-Mission an der chinesisch geführten Kampagne für eine Basis auf dem Mond beteiligen, die letztendlich auch mal Kuhflüge ermöglichen soll. Neben ihrer strukturellen Probleme und Unterfinanzierung ist die russische Raumfahrt auch von Sanktionen betroffen. Vielleicht dieser Cocktail an negativen Dingen hat dann dazu geführt, dass die Mission nicht erfolgreich war. Die europäische ESA hat mitgeteilt, dass der Adapter Vespa, der das Ziel einer europäischen Aufräummission für Weltraumschrott sein soll, möglicherweise selbst von einem Schrottteil getroffen wurde. Dieses Schrottteil stammt wahrscheinlich auch von Vespa selbst, nachdem es mit einem kleinen Teil zusammengestoßen ist. Die ESA plant Vespa mit der Mission Clear Space One aus der Umlaufbahn zu entfernen. Diese Mission soll dann 2026 starten. Es ist noch unklar, ob der aktuelle Vorfall die Clear Space 1 Mission beeinflusst. Rocket Lab erreicht einen Meilenstein. Bei seiner 40. Elektron-Mission wurde erstmals ein zuvor geflogenes Rutherford-Triebwerk wiederverwendet. Nach dem erfolgreichen Start der Elektron-Rakete mit einem Satelliten für Capella Space bestätigte CEO Peter Beck, dass das Rutherford-Triebwerk während seines zweiten Fluges einwandfrei funktioniert hat. Rocket Lab hat eine Methode entwickelt, um die erste Stufe der Elektron-Rakete nach der Stufentrennung ohne Entry-Burn durch den Wiedereintritt zu bringen und dann mit einem Fallschirm im Meer zu landen. Neben dem operativen Betrieb der Elektron-Rakete möchte Rocket Lab jetzt diesen Test in den nächsten Monaten wiederholen und danach dann die Wiederverwendung einer ganzen Erststufe versuchen. Wenn der Micro-Launcher Elektron nicht für die Wiederverwendung ursprünglich mal entwickelt wurde, soll die nächste Rakete, nämlich die mittelschwere Rakete Neutron, dann direkt der Falcon 9 von SpaceX Konkurrenz machen und dann auch in der Unterstufe wiederverwendbar sein. Der geplante Start der Neutron-Rakete ist für 2024 geplant. Ein bisschen größere Rakete als die Elektron, das SLS des Artemis-Programms der NASA. Die SLS-Startplattform wurde das erste Mal nach dem Start von Artemis 1 repariert und aufgerüstet auf die Startrampe gefahren. Das läutet die Tests dieses Teilsystems für Artemis 2 ein, was ja der erste Flug des Mondprogramms mit Q sein wird. Der Start der Artemis 2-Mission, die Astronauten einmal um den Mond herum schießen soll, ist offiziell für November 2024 geplant, wird sich aber sehr wahrscheinlich auf Jahr 2025 verschieben. Nach 192 Tagen Missionszeit war es für die russische Progress MS-22 jetzt Zeit, ihre Mission an der ISS zu beenden. In der Nacht von Sonntag, den 20. August auf Montag, den 21. August, drückt der Progress MS-22 vom hinteren Teil der ISS, dem russischen Modul Svesta, ab. Von dort sorgte die Kapsel während ihrer Missionszeit für die nötigen Reboosts für die ISS und für die leider immer zahlreicher werdenden Ausweichsmanöver von Weltraumschrott. Kurze Zeit nach dem Abdocken zündeten die Triebwerke der Progress ein letztes Mal und brachten die Kapsel auf eine Flugbahn mit feurigem Abgang über dem Südpazifik. Mit an Bord war auch Müll, den die ISS-Besatzung nicht mehr benötigt. Bevor die neue Progress MS-24 am Freitagmorgen an die ISS andocken konnte, passierte genau das, was man hoffte, in den fünf Tagen ohne Reboost-Progress an der ISS nicht eintreten würde. Flight Controller in Houston bemerkten am Donnerstag, dass sich ein Stück Weltraumschrott auf Kollisionskurs mit der ISS befand. Ohne Reboost-Progress blieb den ISS-Flight-Controllern in Houston und Moskau nichts anderes übrig, als ein Ausweichmanöver mit den ISS-eigenen Triebwerken durchzuführen. Das russische Segment hat nämlich auch eigene Triebwerke für genau so einen Notfall. Diese versucht man jedoch so selten wie möglich zu benutzen, da diese Triebwerke nur eine begrenzte absolute Brenndauer haben und sie nicht ausgetauscht werden können. Denn auch entschied man sich am Donnerstag, den 24. August um 17 Uhr, die Triebwerke des Vesta-Moduls für 21,5 Sekunden zu zünden, um der drohenden Kollision mit Weltraumschrott auszuweichen. Damit aber nicht genug der Vorfälle auf der ISS. Ja, braucht die ISS eine neue Hüfte? Am Mittwoch, den 23. August, erkannten Flight Controller in Houston eine Fehlermeldung von einem der beiden großen Gelenke, die die Solarpaneele mit dem Rest der Station verbinden. Da die Solarpaneele an diesem ausgefallenen Backbordgelenk nun nicht mehr auf die Sonne ausgerichtet werden, reduziert das natürlich die Energieausbeute der gesamten ISS. Sollte ein Fix vom Boden nicht möglich sein, wird für die Reparatur vermutlich zeitnah ein Weltraumausstieg nötig werden. Viele Teile der ISS, die sind dafür designt und ausgelegt, dass man diese austauschen kann. Und für die meisten wichtigsten Teile, da befinden sich dann auch Ersatzteile an Bord, so auch jetzt für diese Reparatur. Bevor wir zu den SpaceX-News kommen, ja, Senkrechtstarter existiert dank der Schutzengel, die den Kanal regelmäßig Monitor unterstützen. Da auch hier wieder ein riesen Dankeschön an euch. Vielen, vielen Dank. Wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder dem Senkrechtstarter Patreon. Für alle Schutzengel gibt es ja als kleines Dankeschön alle Videos vorab und ohne Werbung. Ja, und Werbung ist ein gutes Stichwort. Der Kanal wäre finanziell ganz anders aufgestellt, wenn ich so wie die englischen Kanäle regelmäßig Werbepartnerschaften eingehen könnte. Wenn ihr mir helfen wollt, die passenden Partner zu finden, die Produkte bewerben möchten, die ihr auch cool findet, würde ihr mir sehr helfen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr an meiner Umfrage teilnehmt. Und letzte Woche haben wir schon über 1000 von euch daran teilgenommen. Vielen, vielen Dank. Also hat mich wirklich umgehauen, dass da so ein gutes statistisches Bild jetzt schon zustande gekommen ist. Die Umfrage, die es anonymisiert und wenn alles nach Plan läuft, dann können wir so den Kanal langfristig erfolgreicher machen und weiter in neue Qualität investieren. Ich danke euch für euer Verständnis und eure Unterstützung. Das US-Justizministerium hat SpaceX verklagt. Die Firma soll Asylsuchende und Flüchtlinge bei Einstellungen diskriminiert haben. Die Klage beruht auf dem Vorwurf, dass SpaceX aufgrund von Exportregeln keine Asylbewerber oder Flüchtlinge eingestellt habe. Diese Regeln besagen, dass bestimmte Güter nur von US-Bürgern oder ständigen Einwohnern gehandhabt werden dürften. Das Justizministerium argumentiert jedoch, dass Asylsuchende und Flüchtlinge auch unter diese Definition fallen. Die Klage fordert von SpaceX, seine Einstellungspraktiken zu ändern und diskriminierte Bewerber einzustellen. Der Vater des Merlin-Triebwerks der Volk9, Tamala, schrieb dazu leicht ironisch, wenn ich also einen Nicht-US-Bürger unsere Raketenhardware sehen lasse, komme ich ins EITAR-Gefängnis, aber wenn ich keine Nicht-US-Bürger einstelle, werde ich vom Justizministerium verklagt. Verstehe ich. Elon Musk hat darauf zustimmend geantwortet und ergänzt, dass SpaceX wiederholt darauf hingewiesen würde, dass die Einstellung von Personen, die keinen ständigen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten haben, gegen das internationale Waffenhandelsgesetz verstoßen würde, was einer Straftat entspricht. Elon Musk wittert da gar eine Instrumentalisierung des Justizministeriums. Vor dem Crew-7-Start hat die NASA gemeinsam mit SpaceX über Korrosion und Ventilprobleme bei den Dragon-Raumschiffen gesprochen. Genauer ging es um das Ventilversagen an einer Dragon-Frachtkapsel im Juni. Dabei blieb ein Isolationsventil im Antriebssystem der Dragon stecken. Das hatte keine Auswirkungen auf die Mission, weil das betreffende Ventil nur gebraucht wird, wenn anderswo im Leitungssystem ein Problem auftritt. Es würde dann undichte Draco-Steuer diesen isolieren, um den Verlust des giftigen Treibstoffs zu verhindern. SpaceX entfernte das steckengebliebene Ventil nach der Landung der Cargo Dragon im Juni und fand Korrosionsspuren. Die gefundene Korrosion wurde durch Oxidationsmitteldämpfe, die mit ein wenig Feuchtigkeit vermischt wurden, verursacht. Die Materialien im Ventil, die sind eigentlich korrosionsbeständig, aber wenn genügend Dampf von Oxidationsmitteln zusammen mit Wasser in Berührung kommt, dann kann sich Säure bilden, die diese Korrosion dann verursacht. Ja, das Problem, das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Bei Boeing Starliner führte genau so ein steckengebliebenes Ventil zu einer mehreren Monate langen Verzögerung des ersten Testflugs. Ganz interessant, auf der Pressekonferenz wurde weiter gesagt, man habe aus der Untersuchung des Starliners einiges gelernt, was letztendlich geholfen habe, die Ursache für das Dragon-Ventilproblem etwas schneller zu finden. SpaceX und die NASA erwägen nun, dem Antriebssystem Spülgas hinzuzufügen, um zu verhindern, dass sich Dämpfe ansammeln und es zur Korrosion kommen kann. So hat Boeing das Problem mit der Korrosion im Ventil des Starliner gelöst. SpaceX muss dabei aber auch den Aspekt der Wiederverwendung bedenken, denn das Antriebssystem des Starliners wird ja zusammen mit dem Service-Modul bei jedem Flug entsorgt, während das des Dragons bis zu fünfmal wiederverwendet werden soll. Die von Multimilliardär Jared Isaacman und SpaceX im Februar 2022 angekündigte Polaristar-Mission, bei der Jared Isaacman ja mit einem von SpaceX derzeit in Entwicklung befindlichen Raumanzug einen Weltraumspaziergang durchführen möchte, verzögert sich weiter, nachdem die Mission ursprünglich bereits Ende 2022, dann im März 2023, dann diesen Sommer, dann kommenden Herbst stattfinden sollte, wird es wohl vor März 2024 nichts. In einem Interview mit CNBC gab Jared Isaacman nun bekannt, er befürchte, es würde wohl dieses Jahr nichts mehr werden. Frustriert gab er zu, dass er und sein Team wohl diesen Sommer mehr Freizeit hätten als ursprünglich geplant. Laut Isaacman machen man zwar bei SpaceX große Fortschritte, besonders bei der Entwicklung des Raumanzuges, dennoch braucht man mehr Zeit. Da jedoch für Januar 2024 bereits die Axiom-3-Mission angesetzt ist und im Februar 2024 der reguläre Austausch der SS-Besatzung, also der Start von Q8 und die Landung von Q7 ansteht, wird es wohl kaum zu einem Startfenster vor März 2024 kommen. Der Super Heavy Booster 9 ist zum Startplatz zurückgerollt worden, genau, das ist der Booster, der für den zweiten vollintegrierten Flugtest geplant ist. Der wurde bereits statisch feuergetestet, aber da der erste Test aus noch nicht bekannten Ursachen vorzeitig abgebrochen werden musste, wird er nun wiederholt. Booster 9 erkennt ihr gut an der Krone an dem neuen Hot-Staging-Ring, der ja die Stufentrennung der Starship-Oberstufe am noch feuernden Booster mittels Triebwerkszündung ermöglichen soll. Das frühestmögliche Startdatum, von dem wir wissen, hat sich unterdessen verschoben. Aktuell hat SpaceX Warnungen für den Schiffsverkehr für den 8. September beantragt. Wobei wir auch das wieder mit Vorsicht genießen müssen, dass es ja noch immer keine Fluggenehmigung gibt und auch noch nichts Neues zum Untersuchungsbericht des Fehlstarts am 20. April. Ja, der Rollout von Booster 9, der hatte sich wetterbedingt verzögert. Ursprünglich war der Start für den Rollout am Samstag, den 19. August geplant, was wegen des Tropensturms Herald verschoben wurde. Aber was euch vermutlich viel mehr interessiert, am Freitagabend wurde Booster 9 dann voll mit Flüssig-Sauerstoff und am kleinen Teil Flüssig-Methan betankt. Der zweite Static-Fire von Booster 9 scheint laut den SpaceX-Kommentaren die geplante Brennzeit absolviert zu haben. Der kurzfristige von SpaceX angesetzte Livestream begann mit einem eingefrorenen Countdown bei 10-40 Sekunden. Gut erkennbar an den Frostmarken die volle Betankung mit dem Lox und die Teilbetankung mit dem flüssigen Methan. Der Holt an diesem Punkt war laut SpaceX geplant und die Vorbereitung bis zu diesem Punkt sehr reibungslos verlaufen. Das Anhalten des Countdowns verschaffte dann SpaceX oder den SpaceX-Controllern ein bisschen Zeit, um die Treibstoffe auf die gewünschten Temperaturen zu bringen und noch einmal alles zu prüfen. Ich habe keine Pixel gezählt, aber ich habe den Eindruck, dass da mehr Wasserdruck im Spiel war als noch beim letzten Test. Ja, die 33 Triebwerke, die wurden laut SpaceX-Kommentator mit 50% Schub betrieben. Mit grob 3600 Tonnen Schub bei diesem Teillast-Test ist das schon mehr als die Saturn-5-Rakete des Apollo-Programms hatte. Sollte bei dem Test alles nach Plan gegangen sein, kann es gut sein, dass dann mit Tests der gesamten montierten Rakete begonnen wird. Ja, schon etwas her, dass da in Texas eine komplett montierte Starship-Rakete stand. Fun Fact, durch die Erweiterung des Boosters mit dem Hot-Staging-Ring plus Starship-Oberstufe wird es einen neuen Rekordhalter für die größte Rakete der Geschichte geben. Ja, apropos Starship-Oberstufe. Auch Schiff 25 wird weiter für den nächsten Starship-Flug vorbereitet. An Schiff 25 werden Hitzeschutzkacheln montiert und die Krangeschirr-Anschlagpunkte vorbereitet. Außerdem beobachtete NASA Spaceflight Arbeiten im Innern des Starships. Aber auch an Schiff 28 wird fleißig weitergearbeitet. Es hat nun alle seine sechs Raptor-Triebwerke erhalten. Also zu den drei Meereshöhen-Raptor-Triebwerken in der Mitte auch die drei großen Vakuum-Optimierten. Aber auch Schiff 29 und Schiff 30 nähern sich offenbar ihrer Fertigstellung. Was dann zusammen mit Schiff 28 die benötigte Hardware für die vollintegrierten Testflüge 3, 4 und 5 bedeuten könnte. Ja, das ist dann doch noch etwas hin. Mit Booster 9 und Schiff 25 ist die Hardware für den heiß erwarteten nächsten, zweiten, vollintegrierten Testflug augenscheinlich vorhanden, um einen Flug in den nächsten Wochen potenziell zu ermöglichen. Ja, sollte die Regulatorik mitspielen. Ich bin wieder mutig. Näher dran als der Start des nächsten Starships sind die Starts der kommenden Woche. Hier im Schnelldurchgang am Montag, den 28. August, ein japanischer Start mit Weltraumteleskop und Mondlander. Am Dienstag ein ULA-Atlas 5-Start für das Pentagon. Am Donnerstag ein Startabbruch-Test im indischen Gaganya-Ahn-Crew-Programm. Und voraussichtlich auch am Donnerstag der dritte Firefly-Alpha-Start und später am Tag ein Falcon 9-Start für die US-Regierung. Am Freitag ein Starling-Start von Cape Canaveral. Und dann den Wochenabschluss macht eine indische PSLV XL mit einem Sonnenbeobachtungstateliten. Ja, ich hoffe dir hat es wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen und genau mit dem Abo hier hast du einen Platz in der ersten Reihe für alles, was uns noch in der Raumfahrt so erwartet. Die wird ziemlich krass, die Zukunft. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.